Sie wollen sicherer im Umgang mit Ihrer Schusswaffe werden. Ihre Fähigkeiten perfektionieren. Dann sind Sie bei der Dach-Shooting-Academy richtig. In 25 Jahren haben wir bereits mehrere hundert Personen ausgebildet. Darunter auch Polizeiausbilder und Ausbildnerinnen, die zu uns kommen, um ihren Erfahrungshorizont zu erweitern und Neues lernen möchten. Egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse, unser individuelles Gruppentraining wird genau an Ihre Bedürfnisse, Ihre Ausrüstung und Ihren Ausbildungsstand anpasst. Unsere Trainings gibt es für verschiedene Schusswaffen. Von den Pistolen über Sturmgewehr und Flinden bis hin zur Maschinenpistole und zum Präzisionsgewehr. Für das Training werden dabei ausschliesslich Ihre eigenen Schusswaffen verwendet. Im Training geht es darum, sicherer im Umgang mit den Waffen zu werden. Haben Sie schon Vorkenntnisse? Dann perfektionieren unsere erfahrenen und qualifizierten Trainer Ihre bisherigen Fähigkeiten ummerzen, falls vorhanden, Fehlverhalten aus. Sicherheit und Seriosität stehen im Training immer an erster Stelle. Darum ist von allen Teilnehmenden ein Strafregisterauszug, ein polizeiliches Führungszeugnis oder ein gleichwertiges Dokument vorzuweisen, das Vorstrafen ausschliesst. Mit unserem bedarfsgerechten Training wollen wir einen Teil dazu beitragen, dass Luggen im Basiswissen im Umgang mit Schusswaffen geschlossen werden und mehr Verantwortungsbewusstsein entsteht. Sie sind Schusswaffenbesitzer oder Träger und möchten Ihren Umgang damit perfektionieren und sicherer machen? Dann vereibaren Sie jetzt einen Trainingstermin unter www.dachs-training.ch www.dachs-training.ch